Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Ingwer-Schott hier richtig mit einem Thermomix bzw. auch einem normalen Mixer machen kann, damit einfach so wenig Vitamine wie nur möglich verloren gehen. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal benötigen wir ungefähr 100 Gramm frischen Ingwer und wenn es sich um Bio-Ingwer handelt, dann können wir die Schale wirklich mit gutem Gewissen dran lassen. Bei normalen Ingwer sollten wir am besten mal einen kleinen Teelöffel bzw. auch Esslöffel zur Hand nehmen und dann hier diese Schale vorsichtig herunterkratzen. Mit einem Sparscheller bzw. auch mit einem Messer würden wir einfach die wertvollen Vitamine direkt unter der Schale leider mit wegnehmen, was wir natürlich nicht haben möchten. Wenn wir das haben, den Ingwer einfach mal grob in Scheiben schneiden, das Ganze dann auch noch entsprechend würfeln und die Stücke in unseren Thermomix bzw. in den Behälter von unserem Mixer geben. Nun einmal noch zwei Zitronen halbieren und diese am besten dann mit einer speziellen Zitronenpresse einmal komplett auspressen. Anschließend schütte ich noch den Zitronensaft in meinen Mixer hinein und nachbelieben, also in meinem Fall gebe ich jetzt einfach mal noch einen Esslöffel Honig hier hinzu. Jetzt den Thermomix aber erst einmal für 20 Sekunden lang auf Stufe 10 steigen bzw. wenn du einen Mixer hast, das Ganze einfach mal so lange pürieren, bis wirklich hier drin keine groben Stücke mehr zu erkennen sind. Bei mir schaut das Ganze jetzt wirklich richtig gut aus und riecht vor allem auch sehr lecker und das kann ich jetzt mit einem Trichter hier direkt in eine verschließbare Flasche reinschütten oder ich könnte auch noch ein Sieb davor schalten, dass es nochmal etwas dünnflüssiger wird. Für das bestmögliche Ergebnis dann einfach mit einem Esslöffel hier oben das Ganze noch etwas ausdrücken. Um nichts zu verschwenden, können wir hieraus jetzt noch einen schönen Ingwer-Tee machen und laut Experten kann so eine Flasche jetzt für circa eine Woche lang im Kühlschrank aufbewahrt werden und man sollte für das beste Ergebnis ungefähr einen Shot pro Tag pro Person zu sich nehmen. Zum Schluss ist noch wichtig, dass wir nach jedem Shot unbedingt etwas Wasser nachtrinken sollten, um einfach die Zitronsäure in unserem Mund zu neutralisieren, welche sonst die Zähne angreifen würde und somit haben wir unseren Ingwer-Shot auch schon selber richtig gemacht. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Mixer, ein neues scharfes Messer bzw. ein Schneidebrett und auch solche verschließbaren Flaschen zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Marken erstellen zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.